Naja, bitte rollen. So. Äh, Händler? Händler. Steht wahrscheinlich wieder ganz da vorne. Der Kristallturm. Oh, ich kann ja hier Riten. Gib mal ein bisschen Stoff. Pferde. So. So, mein Freund der Sonne. Das ist Nagel. Ich habe entschieden. Es gibt noch mehr, was ich mir heilt. Ja, heiltränke. Ich heiltränke. Okay. So. Ja, gut. Gut, dann gehe ich mal zu dem Master Chief hoch. Okay. Hier den Aufzug. Ja, aber warum dauert das Leder so lange? Kein Hightech hier. So. So. Äh, hier sind wir da runter. Dann links, glaube ich. Oder rechts. Ich glaube, wir sind... Jo, das schaut gut aus. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Oh, das war knapp. Das war knäpplich. So. Hier hoch. Und da hoch. So. Archon. Zeig mal, wo der Hammer hängt. Nice. Nice, 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 nice. What the hell? Nein! Der Schlüssel, Archon. Ich weiß, dass du ihn hast. Ihr gehört mir! Obwohl er wollte, dass ich es tue, konnte ich den Schlüssel nicht vernichten. Wer was wollte. Der Schlüssel verstehst du, Reiter. Ich tat, was ich tun musste. Den Quell öffnen. Den Schlüssel beschützen. Vor den Fragen, die sie stellten. Und vor dir. Hey, ich bin nicht so böse, wie immer alle tun. Nur ich darf den Schlüssel tragen. Möge das Licht von allem, was dir heilig ist, dich vernichten. Ja, so ganz koscher bist du aber auch nicht mehr, mein Freund. Aua. So. Alter, hast du einen Bumms drauf. So. Na, und jetzt? Ah. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Aua. Aua. Finde ich gar nicht sozial, was du hier betreibst, mein Freund. Na komm. Kaum wieder runter, Grötzefix. Du feige Ratte. Sub und sub und hopp und hepp. Meine Fresse. Also, geht doch. Diesmal weiß ich auch, was es mit diesem Zeichen aussieht. Oh. Kannst du nicht mehr fliegen. Ja, und ich fürchte dich nicht. Autsch. Lass mich doch erstmal abhauen, Mensch. So. Okay. Aua. Okay, mein Freund. Ah, fuck. So. Jetzt komm her. Na komm. Aua. Scheiße. Wieder vergessen zu heilen. Ah. Gott, die Fünfer. So, auf ein neues. Okay, okay, okay. So, das würde ich mal sagen, überspringen wir. Das haben wir ja schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt. Das haben wir auch schon gehabt. So. Ah. So, das was du kannst, kann ich auch. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. So. Okay, dann komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, scheiße. Oh, ja, 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 ja. Hopp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Nochmal. Ei, 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 ei. Geht's noch? Ah, komm. So, und hepp. Oh. Dann. Eins, zwei, und drei. Und hepp. 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 Ich bin langsam müde hier mit dir, mein Freund. Ich bin langsam müde hier mit dir, mein Freund. Und die Flügel stutzen. So. Puh. Okay. Oh, wow, das war knapp. So, komm her. Boah. Beinahe ist heil vergessen. Komm her, Pisser. Okay. Ah, fuck. Nein. Boah. Boah, boah, boah. Hilfe, 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 Hilfe. Wo ist er denn? Da. Komm schon. Hau ihn um. Hau ihn um. Jawoll. Jetzt entkommt er nicht mehr. Ja. Gib's ihm tot. Gib's ihm. Oh, Meister Jedi. Ist klar. Jetzt. Wow. Aush. Tja, mein Freund. Das war's mit dir. Äh, äh. Oh, Engels-Schlüssel. Dieser heilige Schlüssel gewährt Zutritt zum Quell der Seelen. Kehre zum Krähenvater zurück. Jawohl, dich machen wir doch glatt. Ähm, was so viel bedeutet? Über? Portal. Weltgarde. Äh, Elfenbein. Feuerprobe. Hier war das hier im Baum. Zap. Äh. Kehre zum Krähenvater. Kann ich wieder nicht, oder was? Ist das ein Scherz? Ah, hier. Das kann ich machen. Okay. Bonkrem, Baba. Da bin ich wieder. Ich habe den Engelsschlüssel. Dann nähert sich deine Aufgabe langsam ihrem Ende. Langsam. Ich kann den Weg öffnen, Tod. Aber du musst den anderen Schlüssel finden. Den Dämonenschlüssel. Ja. Geh leichten Fußes. Dort gibt es nichts als Schatten. Okay. Das heißt wahrscheinlich wieder viel, viel klettern. Gut. Wir müssen da hoch und nach links. Oder was? Gut. Ja. Noch links. Tum, drum, bum, 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 bum. Und? Nein, Meteor. Baum des Todes. Die irre Königin. Erkunde Schattenrand. Oh, das schaut wirklich aus wie die Hölle höchstpersönlich. Wow. Okay. Okay. Das schaut... Ah, okay. Da brauchen wir beide Schlüssel. Dann schauen wir mal runter. Unser Crème, Baba. Hallo, Babi. Willkommen am Schattenrand. Weiter. Und jetzt geh, wie die Krähe fliegt. Sonst ist dein Bruder verloren. Okay. Was ist dies für ein Ort? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Sollte er auch. Dies ist die dunkle Spiegelung des Kristallturms. Ein Reich, in dem Dämonen anstatt Engel Wache halten. Hm. Das Widerben hat ihren Blick nach innen gerichtet. Und was sie dort sahen, hat sie zerstört. Was ist mit dem Schlüssel? Er ist darin. Festgehalten von einem mächtigen Meister. Hm. Okay. Willkommen am Schattenrand. Reiter. Gut. Dann ab aufs Pferdl. Und reiten mal zum Dörrchen. Sehr schön. Dumm, 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 dumm. Okay. Ich würde dann mal sagen, bevor wir hier durchtreten, ähm, machen wir für heute mal Schluss und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, dann. Immer schön. Untertitel. Musik. Vielen Dank.